Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks mit mir dabei, der Iron und ich finde das war jetzt mal eine super Begrüßung. Was sagst du? Ist mal was anderes als das ganz normale Herzlich Willkommen zurück oder so. Ist mal was anderes, kann man mal machen. Egal, jetzt drück bereit, ich will weiterspielen. Ich bin gerade in so einem Fieber. Ich will jetzt weiterspielen, komm auf, drück bereit, Mann. Hallo? Hörst du mich noch? Nicht schon wieder. Sein Internet springt gerade dauernd aus oder er ist gerade wieder am Fressen? Und ich so, ja okay, weil... Ich glaube, er ist am Fressen. Mein Internet springt. Nein, nein, ich bin nicht am Fressen. Doch, natürlich, gib's doch zu. Nein, ich bin nicht am Fressen. Gib's doch zu. Nein. Er hat mir gerade ein Bild geschickt mit seinem Fressmora, den er da um seinen Rechner hat. Das ist mal episch. Ja. Äh, da hab ich einmal, da, das kann ich ja aufzählen. Das ist einmal piep, dann piep, dann piep und dann hier piep, 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 piep. So, keine Schleichwerbung gemacht. Ich kann's nochmal präzisieren. Das ist Schokolade, Schokolade, Schokolade. Schokolade mit Waffeln und noch mehr Schokolade. Da sind Serialien drin, für alle, die die Werbung kennen. Hurscht. Haben's verstanden. Ja, alles klar. Oh mein Gott. Wo bist denn du? Ach, du bist da drüben. Ach, guck doch mal, wie schön die Liste wieder aufgebaut ist. Das ist... Ich hasse die Liste. Aber das ist hier standardmäßig bei Pepbox, dass man sehr schön die Liste andauernd sehen kann. Und kann die Liste genau... So, wo ist der Herr, liebe Iron? Ah, fahr mir doch nicht rein, du, Hampel Philipp. Also, bei mir sieht man das Gameplay und bei ihm kann man die Liste genauestens studieren. Ja, genau. Wegen meinen 2000... ...meiner 2000er Leitung. Einfach super. Oh, shit. Weil der von denen nur 10% kriegt. Fahr nicht durchs Wasser, du, Hampel. Nee, ich nicht. Ich fahre einen Laternenfall um, damit ein bisschen Action hier im Gameplay kommt. Yeah. Ey, alter, alter. Boah, dieser Jagdpanzer-Spinner. Oh, ein Auto. Ich würde platt fahren. Ich bin gegen ein Auto... Ich bin... Ich bin gegen ein Haus gefahren. Warum tust du so was? Wie habe ich mich schon wieder verfolgt? Weil ich der Pepbox bin. Wie habe ich mich schon wieder verfolgt? Ja, bitte, ich kann hier auch woanders hinfahren. Aber ich kenne mich schon weiter. Ich fängst nicht so aus. Weißt was, ich gehe Karussell fahren. Ich gehe Karussell fahren. Hier ist ein wunderschönes Karussell. Ich fahre mal hier über diese nette Brücke. Ich kann hier nicht andauern, Stuhl, Gameplay zeigen. Wir müssen ja auch mal hier die schöne Landschaft zeigen. Und da war es mit dem Karussell, das ist platt gemacht. Oh, shit. Ich sollte nicht da runterfahren, wir haben ein bisschen mehr auf. Also, das war es jetzt mit dem Karussell. Also, liebe Kinder, wenn ihr Panzer fahrt, ihr macht mit einem... Einer fahrt ein ganzes Karussell kaputt. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Randale, komm. So, die Laterne. Wow, was für eine Action hier. Was für eine Action hier. Nein, ich bleib fast hängen. Oh, yeah. Ich gebe nur noch zwei Minuten an dieser Boden. Oh, ein Dreier. Ich habe einen Dreier umgeworfen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Ich sehe dich. Ah, hier können wir uns schön auf die Bank setzen. Natürlich, natürlich. Ihr ist zerstört. Wir sitzen fest. Wir kommen. Oh, hier setzen wir uns auf eine Parkbank. Hier, komm. Komm. Oh, scheiße. Fake. Meine Kette ist am Arsch. Ich stehe hier mittels Feld. Ich habe schon einen Kill. Oh, shit. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Wundert mich nicht. Ich sterbe. Bei dir ist das Kill der Mischung hochgegangen. Ja, ja, komm. Nein. Ah, du hast es mir... Höh. 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 Dein Munitionslager wurde getroffen. Ja, bei mir geht gerade alles schief. Wo fahren die anderen? Wenigstens mein Tarnmest funktioniert. Ich bin ober-mega-krass getarnt. Rudolf, du jetzt die Kette mal reparieren, Juni. Ich gucke mir deine Leute noch ein bisschen an, damit ich ein bisschen Action im Gameplay habe. Aber ich habe ja viel Action gebracht. Wir haben zusammen schon Lattkern umgefahren. Wir haben uns jetzt eine Parkbank gesetzt. Wir sind Karussell gefahren. Was will man mehr? Mit einem deutschen Panzer. Habe ich das schon mal erwähnt? Das muss mir mal einer nachmachen. Habe ich schon erwähnt, dass ich deutsche Panzer esse? Die Frontpanzerin von deutschen Panzern ist einfach zu heftig. Hätte ich den von hinten hergestellt, hätte ich ihn gestorben. Nö. 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 Ja, ich bin tot. Los, raus da jetzt. So, okay. Nächster Panzer. Los, los, los. Ich bin... Wann muss schnell da gehen. Dann nehme ich nochmal einen Schluck mit von meinem Energy. Wer hat den Witz verstanden? Ich hasse deutsche Panzer. Wer hat den Witz verstanden? Ich nicht. Du musst mein Video gucken, dass du den Witz verstehst. Du musst mein Video gucken, dass du den Witz verstehst. So, jetzt ist der PZ1 dran, den ich erstmal warten muss. Der hat gar nichts. Nein. Scheiße. Nein. Lass den PZ1 doch bloß in der Garage. Ich habe... Nein. Ich habe... Nein. Ich habe gesagt... Ich... Habe gesagt, ich werde diese jetzt befahren, weil die letzte Folge nicht dran waren. Und ich will Gleichberechtigung machen. Also Pizza. Ja. Lass die Kleinen auch mal spielen. Gleichberechtigung... Die haben auch Gefühle. Ist mir egal. Die haben auch Gefühle. Du bist herzlos. Definier' die Gefühle. Guck in die Liste und sag' ich, ob es eine Idee war, den Witz 1 zu nehmen. Aber die Musik dabei, ja? Ich habe die Musik komplett ausgestellt. Sag mir, war dein PZ1 in so einer Klasse... Mein Pann sei so heilig wie ein Stroh. Ja, war eine geile Idee. Guck mal, ein Gegner hat ein PZ1C. Ja, den habe ich auch, aber der PZ1C... Also bin ich nicht der einzige Dumme. Nein, der PZ1C ist die verbesserte Variante von PZ1, also ist ein Panzer besser als Niner. Tut mir leid. Ja. Ist mir egal. Ich bin wenigstens ganz hinten. Die Idioten, die fahren mir wenigstens nicht rein. Jetzt drehen alle Uren, fadiert bis am Arsch. Nein, nein, der hat aufgepasst. George W. Bush. Was laberst du? Der ist betrunken und wirklich auf die Kruppsch. Ich bin nicht betrunken, ich bin voller Energy. Ich habe immer noch ein bisschen Energy. Ich könnte die ganze Dose lecker trinken. Nicht leer trinken, sondern lecker trinken. Und mein PZ1, der geht hier voll ab. Hier, guck mal hier, wir machen Häuser kaputt. Bam, Junge. So, gib ihm. Ich sehe dich nicht mal mehr. Ja, mein... Ja, siehste mal, wie schnell ich bin. Ich bin Geistesblitz, ey. Ja, guck mal, wo ich bin und guck mal, wo du bist. Und dann sagt es nochmal, Kleiner. Ich überhole dich gleich. In deinen Träumen. Beziehungsweise... Ich fahre jetzt gleich erstmal in die Masse von Gegnern und werde One gehittet. Du bist ein Idiot. Nein, ich bin das, was du nicht bist. Das machst du nicht ernsthaft. Doch, natürlich. Ich fahre jetzt direkt in die Feindflasen rein. Weil ich's kann. I got enough skill dazu. Weil du meinst, du bist Babbo. Ich nix, Babbo. Ich dumm. Oh! Feuer erlaubt, ist erteilt. Echt blond. Nja. Blond, Blau, ich bin voll blöde. Ich bekomme zur Rallye, Rallye Panzer. Und jetzt hier eine steile Kurve hoch. Und hier kommt ein PZ für 6, 5. Ich kann keine römischen Zahlen lesen. Der Stritzelmann. Der fährt ein PZ 4. Und tschüss, ich. Ausführung H. Du fährst herzlich willkommen zur Flucht. Machst du nur deine Ketten kaputt. Fahr Richtung Feindbasis. Boah, geil. Guck mal, ich kann richtig. Ich kann. Du fährst voll rumschweren Panzer rein. Ich geb dir noch 30 Sekunden. Guck mal, wie ich rückwärts fahr. Oh, oh, wie du ihn taktisch clever ausspielst. Dein Panzer ist schneller als seine Kanone. Du sollst halt nicht auf ihn zu rassen. Scheiße. Aber ich hab rückwärts Action. Ich hab rückwärts Action gebracht. Und ich bin nicht vor dir gestorben. Ja, dafür hast du das. Dafür hast du nicht versucht, den schweren Panzer zu machen. Mann, die sind alle Lappen. Ach, das waren alles Lappen, die können einfach nicht. Das war mein Skill wieder hier. Ja, komm, jetzt nimm dein PZ 3. Ausführung A, wenn's möglich ist. Meine Brezel, ich hab jetzt. Brezel. Was bist du denn für eine Perversion? Mach jetzt hin. Ich kann die Brezel mal formen, aber irgendwann kann's wehtun. Oh, wir hatten ein PZ 1. Und MK 2. Du nimmst dein PZ 3. Ja, ja, ja. Danke. Ja, damit du zufrieden bist, nehme ich jetzt den PZ 3. Ausführung A. So ist brav. Mit seinem A. Meitermachen. Und das ist, also diese World of Tanks Sachen sind manchmal irgendwie, jetzt kommt hier die Liste der Schwanzvergleiche. Natürlich, ja. Schwanzvergleich hier, Panzervergleiche. Ich hab immer den kürzeren. Hashtag Seftes. Hashtag Vollidiot. Als alle gegnerische Fahrzeuge zu zerstören. Ja, irgendwas muss ich ja machen im Ladebildschirm. Oh mein Gott, ich bin im Spiel. Ich glaube es nicht. Ich seh ihn auch. Ich kann nicht mal zoomen, das ist kacke. Ich kann voll nah ran zoomen. Aber das juckt mich nicht. Ich kann gar nicht. Ach guck mal, vor mir fährt der Weltkriegsgewinner. Ich will nicht wissen, wo es dir juckt. Vor mir fährt der World War Winner. Hör, bleib Dotto vor mir stehen, genau. Alles klar, mach dein Arsch, bewegt dich. Ich bewege mich Arsch, äh, bewegt mein Arsch. Oh, der Arterer, die schießt schon mal ganz fleißig. Wer die eine Art Zellerie ist stehen geblieben. Auf sie mit Gebrüll. Äh, los, zeigen wir unsere Schwänze. Was? Ich sag doch, der ist betrunken, der Kleine. Das passiert, wenn es bei einem kleinen Mann zu für dir gibt's. Darauf kommt man nicht mehr klar. Hab ich nicht. Ey, hört nicht auf die Lüge. Ich bin so, wie ich bin, da kann man nix machen. Ein betrunkenes kleines Kind. Das Logik. Ich geh jetzt in... Oh, jetzt machen wir wieder was Platz. Oh, yeah. Oh, das... Hey, Alter, du ein X-Fahrer, mach mal Platz da. Ich bin hier der Noob, der voll durchbrettert. Oh, shit, ich bin gefickt. Ja, das bist du. Aber nicht nur du, ich auch. Ja, ich bin gearscht. So eine kacke, kacken, 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 kicken, 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 kicken. Oh, und ich habe live auf Video, wie du stirbst. Ich hab live auf Video, wie ich dir gleich mal voll die Fresse in die, äh, ich kombiniere mal meine Faust mit deiner Fresse. Mal gucken, wie gut es kommt. Wie willst du deine Faust durch den Bildschirm kriegen? Gibt genug Möglichkeiten. Ach, Quatsch, gibt's nicht. Jetzt such dir ein Panzer, dass man noch mindestens ein Match, das richtig cool gestillt ist, durchkriegen. Ah, guck mal, guck mal, sieg, sieg, sieg. Das letzte haben wir gewonnen. Glückwunsch zum Erzielen ihres 20. Sieges in World of Tanks. Verstanden. So, und jetzt seh ich kein Panzer. Achso, ich muss ja mal nen Panzer auch nehmen, der da ist, ne? So. Ähm, ja. Du nimmst voll den Marder. Wo hast du jetzt genau... Jetzt noch eine Runde und dann ist die Aufnahme auch gleich vorbei. Ja, wir können ja noch ne dritte machen, wenn du Lust hast. Das ist die dritte. Nein, das ist die zweite. Nein, das ist die dritte schon. Nein, das ist die zweite. Nein, das ist die dritte. Der kleine Mann hat schon wieder zu tief ins Bierglas geguckt. Ohne Witz. Guck, guck's dir an. Du wirst es zählen. Ich, ich will, irgendeiner muss so Best of the Morgung, egal wat. Äh, er soll mal bitte zählen, wie oft wir gespielt haben in einer Runde. Und zwar in dieser Folge. Das will ich wissen. Und ich weiß, dass das hier jetzt schon die dritte, dritte ist. Das ist die dritte Runde in dieser Folge. Ich dachte, du meintest Folgenfolgen. Und weißt... Das ist die Zwitte... Äh... Zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Aber mir gefällt gerade die Liste. Du bist nicht so weit oben. Aber ich bin auch nicht ganz unten, also sag nichts. Trotzdem warst du unten. Jetzt kitzel ich mich. Ich bin jetzt voll gespielt und fahr mal hier voll krass den Berg runter. Ich fahr mal in einen Baum und komm aus dem Baum wieder raus. Das sieht so aus, als ob ich von einem Baum geboren werde. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Meine rechte Kette ist jetzt schon im Arsch. Das war kein Witz, das war wirklich so. Meine rechte Kette ist jetzt schon im Arsch. Leu, was machst du, Idiot? Der schießt einfach mal, äh, in den Boden. Ja, fahrt mal vor, ich komm gleich nach, ich komm gleich nach. Ihr seid ja schon alle oben. Ich chill noch ein bisschen. Das war ja jedenfalls so. Das ist ein Gegner, der vollfett Schaden hat. Ich kann ihn nicht anweseln. Warum? Und ich sehe... Weil du ein Bauer bist. Wer ist denn hier der Bauer? Und weil ich zu schön bin, zu schlau bin, mit diesem Spiel. La, 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 la. Noch mal so ein schöner Treffer. Hab'n Kill, die Hose, und bin gestorben. Ich zeig' wenigstens die Welt. So, hier, guck mal, hier kann man auch Trecker fahren. Komm, wir fahren jetzt mal Trecker. Wir fahren jetzt mal Trecker. Komm, wir springen jetzt auf den Trecker drauf. So, und das war die Treckerfahrt. Hey, sonst krieg' ich kein Neues. Das war immer die Taktik. Also, bei mir ist ja die Taktik, ich frag' so lange, bis ich's krieg', egal, ob mein altes noch ganz ist oder nicht. Schön, wie er sich neben dem Busch verstecken will. Ganz ehrlich, das hat bei mir nicht geholfen und ich hab' dann irgendwann keinen Bock mehr. Es ist doch schön, wie du dich neben dem Busch verstecken willst. Ja, macht doch Sinn. Ja, vor allem, wenn die Gegner, äh, du siehst, wo die Gegner fahren, aber, hm. Macht ja keine Unterschiede. Nee, ich seh' keinen Gegner. Ich seh' keinen Gegner. Doch, ich seh' jetzt Gegner. Ich mach' eine schöne Sidessee-Tour. Hier sehen sie, links ein Baum, rechts ein Busch, nee, andersrum. Und hier ein Felsen. Liebt den Felsen. Habt ein Herz für Felsen. Ein Herz für Felsen. Hashtag ein Herz für Felsen. Das ist der Hashtag dieser Folge. Hey, komm, ich will das auch machen. Schieß doch auf den Ring, Norman. Hey, hör, hör, hör. Bist du besoffen, ey? Schießen. Zeig ihm doch nicht dein Heck, wo die Panzerung am schlechtsten ist. Ja, ich such den, ich seh ihn nicht. Der bewegt sich die fette Sau. Aber du zeigst ihn da. Ich bin von drei Panzern angegriffen worden. Ach, aber ich fahre in eine Fünfergruppe rein und leg davon auch noch einen um. Okay, aber das war, aber das ist ein schönes Bild für, äh, für Beendigung der Folge. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, war echt, ja, schon wieder. Und mach es gut, mach es besser. Ja, genau. Tschüss.